Es war gewissermaßen der Abschied nach dem Abschied. Am vergangenen Wochenende war das Ende der Zeit des Phantom-Kampfjets in Wittmund beim Phantom Fairwell mit 100.000 Besuchern gefeiert worden. Nun wurden am Freitag die letzten vier Maschinen von dort auf den Fliegerhorst Opiefer überstellt. Ein nun endgültiger Abschied, die Phantom ist jetzt Geschichte. Es war eher ein Abschied im Stillen vom Gebrüll der Turbinen bei der Landung einmal abgesehen. Nur 71 Plätze waren an Hobbyfotografen verlost worden, in Anlehnung an den Namen der Phantom-Staffel Jagdgeschwader 71 Richthofen. Dazu hatten sich außerhalb des Fliegerhorstgeländes zahlreiche Zaungäste auf den angrenzenden Feldern und Wiesen postiert. Trauer, Wehmut und Stolz waren die vorherrschenden Gefühle bei den Soldaten.